Ja, Helmut. Ja, in zwei Stunden. Ich bin gerade hier bei der Veranstaltung mit Mike Krüger. Ja. Ja, ist okay. Aber ich schätze, um 19 Uhr bin ich da, ne? Bis gleich, tschüss. Wie machst du das? Tschüss. Nimmst du Bibiöl oder was? Nein, was soll ich nicht tun? Das will ich nicht machen, dass wir so ein bisschen kastetig sind. Ich will nicht zerquetscht werden. Verona kam gerade von der Talkshow. Da haben sie sich früher beschwert, dass ihr Bruder vier Schwestern hat und sie nur drei. Was will ich damit andeuten? Verona gehört zu dieser Gabe von Frauen, die sich hauptsächlich dadurch auszeichnen, dass sie mal mit Dieter Bohlen zusammen waren. Vor Verona und nach Verona waren die da zusammen, ne? Nammel, genau, ihr kennt euch aus. Das ist Nammel, natürlich. Nammel und ich, wir kennen uns sehr gut. Wir haben den selben Arzt. Ah, ja, ich hab auch mal was an meiner Nase machen lassen. Ja? Ja, hätte es mal vorher sehen sollen. Ja. Ja, und dann ist es dann mal zu dem Arzt gegangen, dass sie ihren Busen so ein bisschen vergrößert haben wollte. Und da hat der Arzt gesagt, überhaupt gar kein Problem. Sie sind noch ein bisschen privat versichert. Hat Nammel gesagt, natürlich. Hat der Arzt gesagt, wir können hier ganz was Tolles machen. Dann können wir in ihre Achselhöhen so eine kleine Pumpe einbauen. Und dann können sie so pumpen. Und dann können sie quasi die Größe von den Busen selber einstellen. Nammel ist total begeistert. Operation sensationell verlaufen. Nach einer Woche kommt Nammel aus der Klinik. Will das abends antesten. Geht in eine Bar. Wer steht da am Tresen? Dieter Wohl. Und Nammel am Pumpen. Und Dieter steht ganz cool am Tresen. Na, Nammel, auch privat versichert? Ja, ja. Wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Leute, wir kommen zu meinem absoluten Lieblingsthema. Zur deutschen Oli-Hitparade. Und diese Woche leider nicht mehr auf Platz 3. Chris Roberts mit seiner neuen Single.